Tja, wenig Knete in die Tasche, vom Vorsitzenden noch geliehen, alles drungen dran, dann in den Hofbauhaus da rein, am Platz haben wir gewohnt, musste ja Lufthansa bezahlen, vom Allerfeinsten und da haben wir sowas von Gas gegeben, das war das Allerschlimmste. Meiderich, diese Straßenmannschaft, die bestand aus ein paar Straßen. Diese Truppe war etwas Einmaliges, wir verstanden, die Frauen verstanden sich, wir als Spieler von klein auf zusammen in der Jugend. Das war eine Sensation der neu gegründeten Bundesliga, dass wir 4-0 diesen weltbekannten HSV schlagen und auch der anderen große Mannschaften. Die sind alle mit Angst fast zum Meiderich gekommen. Wir haben sie manchmal aus dem Stadion getrieben, so sind wir drauf gegangen, dass die hochgesprungen sind wie die Hasen und das hat mir gefallen. Dann hab ich den so abgesenzt, der mit dem Kopf zu essen in die Sandgrube rein, konnte sich einbuddeln. Aber da haben wir, da hab ich noch jemand gesagt, ich sag, das war Köln. Und die Schiedsrichter, die waren ja alle da, der Schiedsrichter-Aufmann, der kam ja auch da, der oberste Mann, der kam auch von Köln, da haben alle gedacht, na, das ist irgendwie auch ein bisschen in die Oberliga dazu, aber da haben alle, welche die die Schiedsrichter-Aufmanns II. Und da haben alle zusammenge leatheren die Schiedsrichter-Aufmanns, die die Schiedsrichter-Aufmanns ausgesp�, die, wie das Ball ist und das Und da haben wir diese Schiedsrichter-Aufmanns ausgesp�, die, wie das Untertitelung des ZDF, 2020